Ralph Siegel, einer der berühmtesten Musiker und Komponisten Deutschlands, Jahrgang 1945, hat ein bewegtes Leben hinter sich, mit großen Erfolgen, aber auch viel anhaltender Trauer. Im Laufe seiner jahrzehntelangen musikalischen Karriere widmete er sich der Kunst und der Musik und hinterließ mit vielen klassischen Werken seine Spuren beim Publikum. Doch als Siegel im Alter von 79 Jahren auf sein Leben zurückblickte, konnte er seine Einsamkeit und Langeweile tief in seinem Inneren nicht verbergen. Ralph Siegel hat viele Ehen und Trennungen durchgemacht, aber seine letzte Ehe mit Laura Käfer im Jahr 2018 war ein besonderer Wendepunkt in seinem Leben. Laura, eine Frau, die viele Jahre jünger war als er, war diejenige, die ihm im Alter Freude und Kameradschaft schenkte. Doch selbst mit Laura an seiner Seite trägt Ralph immer noch eine Traurigkeit in sich, die nicht leicht auszulöschen ist. Einer der größten Schmerzen seines Lebens war es, miterleben zu müssen, wie die familiären Beziehungen, insbesondere zu seinen Kindern aus früheren Ehen, allmählich auseinanderfielen. Seine Geschäftigkeit und sein Engagement für seine Karriere hinderten ihn daran, genügend Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Dies hinterließ eine große Lücke in ihrer Beziehung und Ralph bereute es immer. Er erzählte einmal, dass er sich trotz all seines Ruhms und Erfolgs immer aufgrund der Einsamkeit und der mangelnden familiären Zuneigung unsicher fühlte. Laura Käfer, die jetzige Ehefrau, verstand die Trauer ihres Mannes. In vielen Interviews hat Laura wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass Ralph ein sensibler, verletzlicher Mensch ist und oft über vergangene Entscheidungen nachdenkt. Sie teilte mit, dass Ralph jedes Mal, wenn er an seine Familie und seine Kinder denkt, einen unbeschreiblichen Schmerz mit sich bringt. Ralph gibt sich oft selbst die Schuld daran, dass er Beruf und Familie nicht vereinbaren kann, was er immer als den größten Misserfolg seines Lebens betrachtet. Darüber hinaus verschlechtert sich mit zunehmendem Alter auch Ralphs Gesundheitszustand. Die Krankheiten des Alters beeinträchtigen ihn nicht nur körperlich, sondern haben auch starke Auswirkungen auf seinen Geist. Ralph, einst ein dynamischer und rastlos kreativer Mensch, muss sich nun der Realität stellen, dass er nicht mehr die Energie hat, musikalische Projekte wie zuvor zu verfolgen. Dadurch hatte er das Gefühl, das Leben sei langweilig und bedeutungslos geworden, da er nicht mehr in der Lage war, neue Melodien zu kreieren, die ihm schon immer am Herzen lagen. Laura Käfer hat immer versucht, Ralph eine emotionale Stütze zu sein und ihm das Gefühl zu geben, einen Begleiter auf seinem letzten Lebensweg zu haben. Sie versteht, dass Erfolge und Misserfolge, Freuden und Sorgen den Menschen geschaffen haben, der er heute ist. Laura Käfer versteht den Schmerz, den Ralph Siegel sein ganzes Leben lang trug. Jeden Tag erlebte sie, wie Ralph von der Vergangenheit und unvollständigen familiären Beziehungen gequält wurde. Sie sah Ralph oft stundenlang schweigend dasitzen und ins Leere schauen, als stünde er vor seinen eigenen Erinnerungen, mit den Entscheidungen, die ihn die Möglichkeit gekostet hatten, seinen Kindern nahe zu sein. Momente wie diese lassen Laura die Momente, die sie mit ihrem Mann verbringen kann, noch mehr schätzen. Ralphs größte Trauer ist nicht nur auf die Verluste in seinem Privatleben zurückzuführen, sondern auch auf den Untergang seiner eigenen Musik. Ralph war einst ein berühmter Musiker, der jede Emotion in Melodie und Text umwandeln konnte. Doch jetzt, da sich sein Gesundheitszustand verschlechtert, stellt er fest, dass er nicht mehr die Inspiration und Energie hat, kreativ zu sein wie zuvor. Das Klavier war einst sein Zufluchtsort, an dem er in die Welt der Musik eintauchte. Doch heute ist es zum Symbol der Hilflosigkeit und des Bedauerns geworden. Laura sieht Ralph als einen Schatten ihres früheren Selbst und versteht, dass der größte Schmerz ihres Mannes der Verlust der Fähigkeit ist, sich durch Musik auszudrücken. Es ist ein Verlust nicht nur für Ralph, sondern für eine ganze Generation, die mit seinen Melodien aufgewachsen ist. In diesen Momenten konnte sie nur still neben ihm bleiben und seine Hand festhalten, als Versprechen, dass sie ihn nicht verlassen würde, egal wie traurig das Leben war. In den seltenen Momenten, in denen Ralph sich öffnet, gesteht er Laura, dass er das Gefühl hat, sein Leben sei leer. Wie eine Kerze, die langsam verblasst und dass er nichts tun kann, um das Licht am Leben zu erhalten. Die Werke, die er einst komponierte und die so vielen Menschen Freude bereiteten, sind heute nur noch Erinnerungen. Ralph hat Angst, dass er vergessen wird. Angst, dass seine Musik nach seinem Tod nicht mehr in Erinnerung bleibt. Diese Angst ließ ihn in eine Spirale der Einsamkeit und Verzweiflung geraten, obwohl Laura immer noch da war, die ihn immer liebte und für ihn sorgte. Laura versteht, dass Ralphs Schmerz nicht gelöscht werden kann und sie nur eine Möglichkeit hat, ihm zu helfen, jeden Moment zu leben und Freude an einfachen Dingen zu finden. Für Ralph ist Laura die ultimative Begleiterin, die seine verborgenen Ecken sieht und an seiner Seite bleibt, unabhängig davon, ob seine Karriere glorreich oder verblasst ist. Ralph begann seine Musikkarriere sehr früh, als er ein Teenager war. Schon in jungen Jahren zeigte er eine Leidenschaft und ein natürliches Talent für Musik, inspiriert von seinem Vater, dem berühmten Musikproduzenten Ralph Maria Siegel. Er stieg in die Musikindustrie ein, indem er Songs für viele Künstler komponierte und produzierte und baute sich schnell einen eigenen Namen und eine eigene Karriere auf. In den ersten Jahren seiner Karriere produzierte Ralph erfolgreich Hits für viele Sänger und Gruppen in Deutschland. Die Karriere von Ralph Siegel explodierte erst richtig, als er am Eurovision Song Contest teilnahm. Er hat mehr als 20 Mal an der Komposition und Produktion von Songs für diesen Wettbewerb teilgenommen und ist zu einem der bekanntesten und einflussreichsten Namen beim Eurovision Song Contest geworden. Seinen Höhepunkt erreichte er 1982, als er das von Nicole gesungene Lied »Ein bisschen Frieden« komponierte. Dieses Lied gewann den Eurovision Song Contest und brachte damit zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs den ersten Preis nach Deutschland. »Ein bisschen Frieden« war nicht nur ein Erfolgslied, sondern wurde auch zum Symbol für Frieden und Einheit, erzielte weltweit große Erfolge und verschaffte Ralph Siegel internationale Anerkennung. »Ein bisschen Frieden« verkaufte sich millionenfach, landete in vielen Ländern an der Spitze der Charts und wurde zu einem der denkwürdigsten Songs in der Geschichte des Eurovision Song Contest. Dieser Erfolg eröffnete eine neue Phase für Ralphs Karriere, machte ihn zu einem der führenden Komponisten Deutschlands und festigte seinen Platz im Herzen der Musikliebhaber. Darüber hinaus leistete Ralph Siegel über die Jahre hinweg weiterhin Beiträge zum Eurovision Song Contest. Er beteiligt sich an der Komposition und Produktion von Songs, sowohl für Deutschland als auch für andere Länder, und ist stets auf der Suche nach Innovationen und Herausforderungen in jedem Song. Obwohl nicht jedes Lied gewann, wurde Ralph immer für seinen vielfältigen Kompositionsstil und seine Fähigkeit, den musikalischen Geist jeder Epoche einzufangen, geschätzt. Zu den weiteren bemerkenswerten Liedern, die Ralph für den Eurovision Song Contest komponierte, gehört »Jingis Khan«, 1989, gesungen von der Gruppe »Jingis Khan«, das Platz 4 erreichte und sowohl in Deutschland als auch international ein großer Hit wurde. Er komponierte außerdem »Let's Get Happy« für Lou 2003 und »If We All Give a Little« für »641 2006« in der Schweiz. Diese Lieder trugen nicht nur zum Erfolg des Wettbewerbs bei, sondern bestätigten auch Ralph Siegels Talent und Einfluss in der europäischen Musikindustrie. Nach jahrzehntelanger Hingabe an die Musik arbeitet und kreiert Ralph Siegel weiter, auch wenn sein Gesundheitszustand und sein Alter es ihm nicht mehr erlauben, sich so intensiv zu engagieren wie zuvor. Er gründete sein eigenes Plattenlabel namens »Jupiter Records«, wo er Musik für viele junge Künstler produzierte und ihnen die Möglichkeit gab, zu glänzen. Bis ins hohe Alter behielt Ralph seinen kreativen und rastlosen Geist. Ralph Siegels »Vermächtnis« sind nicht nur seine Hits- und Eurovision-Siege, sondern auch sein tiefgreifender Einfluss auf die deutsche und europäische Musik. Er trug dazu bei, deutsche Musik in die Welt zu tragen und gab deutschen Künstlern die Möglichkeit, auf der internationalen Bühne zu glänzen. Seine Beharrlichkeit und Leidenschaft inspirieren Generationen junger Musiker und Künstler. Ralph Siegel ist nicht nur ein talentierter Komponist, sondern auch ein Künstler, der sich seiner Karriere widmet und immer auf der Suche nach Schönheit in jeder Melodie und jedem Text ist. Obwohl sein Leben voller Traurigkeit und Bedauern war, ist seine brillante Karriere ein Beweis für die Kraft der Musik, seine Beharrlichkeit und seine unendliche Liebe zu seinem Beruf. Die Melodien, die er hinterlassen hat, werden für immer in den Herzen des Publikums fortleben und ein unauslöschliches Zeichen in der Geschichte der europäischen Musik darstellen. Ralph Siegel hat fast sein ganzes Leben damit verbracht, sich der Musik zu widmen. Für ihn ist jede Note, jedes Lied ein Teil von ihm selbst, unausgesprochene Worte, Freude und Trauer. Er komponiert nicht nur, um berühmt zu werden, sondern auch, weil er es für die einzige Möglichkeit hält, seiner Seele Ausdruck zu verleihen und mit Menschen in Kontakt zu treten, ohne dass es einer Sprache bedarf. Wenn Ralph auf seine monumentale Karriere zurückblickt, kann er das Gefühl des Bedauerns nicht vermeiden. In den Jahren seiner Leidenschaft. Ich bin nicht durchgestrichen, weil durchstreichen, da würde ich nur Schulen ansprechen, die in irgendeiner Weise in der luxuriösen Situation sind, Ziffern, Zensuren entweder gar nicht erteilen zu müssen oder in bestimmten Zeiträumen nicht erteilen zu müssen. Also jetzt, die Botschaft würde im ersten Moment dahin gehen, zu fragen, wo sind denn Räume, die ich im Unterrichtsgeschehen durch die Unterrichtsführung erobern könnte für eine lerdienliche, förderliche Leistungsrückmeldung, um mit Schülerinnen und Schülern in eine echte Kommunikation, in eine transparente Kommunikation zu kommen, bei der den Schülerinnen und Schülern selber deutlich werden kann, wo sie mit ihren Kompetenzen stehen, wie die sich entwickeln und was sie gezielt dazu tun können, um diese gezielt weiterzuentwickeln. Thomas, noch eine Frage, die gehört, finde ich, auch in den Zusammenhang. Wie sieht es aus, also Kolleginnen haben jetzt gefragt, wie kriege ich denn das in die vorhandene Schulstruktur, in den Schulalltag mit beschränkten Unterrichtszeitbudgets unter? Also die Frage nach der Zeit. Also grundsätzlich wird aus meiner Sicht sehr schnell deutlich, wenn man über dieses Thema redet, dass man die Leistungsbeurteilung nicht separat anpacken kann. Und man kann die Leistungsbeurteilung aus meiner Sicht auch noch nur in ganz kleinen Rahmen individualistisch anpacken. Wir sprechen hier von einem Thema der Unterrichtsentwicklung und wir sprechen hier von einem Thema der Schulentwicklung gleichermaßen. Das heißt, wenn Sie Ihren Unterricht weiterentwickeln wollen, dann müssten Sie eigentlich an Ihrer Schule Verbündete finden, die etwas Ähnliches wollen. Ich glaube, die kleinste Einheit wäre vielleicht die Fachkonferenz. Also die Frage, ob man in einem ersten Schritt nicht Fächer weiterentwickeln kann. Aber dazu bräuchten Sie Verbündete, bräuchten Absprachen. Und Sie werden sehr schnell merken, dass Sie ganz schnell dabei sind, einen Eingriff in die Organisationsstruktur von Schule zu nehmen. Sie werden es sehen, Schulen, die dauerhaft langfristig etwas verändert haben, haben häufig den Prozess der Unterrichts- und Schulentwicklung miteinander verbunden und kommen dann dazu, beispielsweise Lernzeiten zu erweitern, zu sagen, wir arbeiten nicht mehr im 60- oder 45-Minuten-Takt. Wir müssen auf Doppelstunden gehen. Wir müssen Blocken und Blöcke machen. Also das ist völlig klar. Da braucht es einen Konsens auf Ebene Schule, auf Ebene Kollegium, um hier wirklich fundamentale Schritte weiterzugehen. Ansonsten sind Sie darauf sozusagen zurückverwiesen, die Dinge, die Ihnen in der Ihnen individuell zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit machbar sind zu machen und auch sozusagen gegen einen Mainstream an der Schule anzukämpfen, das stelle ich mir sehr schwer vor. Und das habe ich als Lehrer in der Schule auch als schwer erlebt. Ja, Thomas, vielen Dank. Es sind noch zwei Blöcke, aber ich glaube, da können wir dich jetzt vorläufig ausblenden. Block 1 ist, wie können wir da eine super interessante Präsentation bekommen? Das wird der Johannes Schubert dann später noch erklären. Für alle, die die Präsentation interessiert, und ich nehme an, das sind alle, gibt gute Nachrichten, wir stellen die dann ein. Thomas und die Kollegen dürfen das auch dienstlich verwenden. Super. Und der zweite Block...